Digga, du bist crazy, Digga! Unser Launch und Tickets werden kontrolliert. Ja? Was war's schlecht? Kriegst du den Rekord? 2700. Okay, okay, ja, ist gut. Das darfst du, ich glaub' er nicht. Boom! Ja, perfekt, gut, 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 gut. Ja, ja, ja. Mateo, du als nächstes. Von dir will ich was sehen, ja? Zwei neue, Minimum. Oh, der war stark. Ah, wie schwach! Okay, jetzt ich. Oh, der kam gut. Oh, besser als meiner. Ey, du bist echt mutig. Kopf oder Bauch? Kopf, Kopf. Alles, mach Seite. Ah! Lieber! All in, all in! Oh mein Gott! Digga, du bist crazy, Digga! Oh mein Gott! Ey, Respekt da nicht, aber ne? Hehehe. B**** Oh mein Gott! Ah, mit mein Baby, ah! Ah, mit mein Baby, ah! Ab Nord hat jetzt gewonnen. Erst Runde war aber nur Aufwärmrunde. Jetzt schauen wir mal, wie die zweite Runde läuft. Ich werde das Spiel jetzt gewinnen. Ich setze mir heute das Ziel, einfach besser als jeder zu sein. Oh, der sieht gut aus. Hey, Maboy! Aber den nächsten hast du, ich vertraue in den. Nein, das kann er gar nicht. Er hat noch nie den zweiten gehebt. Ja, er ist kein Sniper ab. Oh, der war's! Ja! Oh, oh! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Muschisaft! Aber ein gutes Spiel! Nein! Du bist dritter Platz! Danke! Digga, es ist geil. Digga, es ist alles voll. Körperraum ist voll. Ja, man, lass mal so fallen. Digga, das ist geisteskrank laut. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Party. Marlon. What's up? Janie. Du seid einfach aus der Schule. Du bist einfach aus der Schule. Paul ist ja fresh. Er ist ja fit, mich ist ja fresh. Und Jessy, der süssi. Auch nice fit. Schade. Ähm, Jacke von Paul. Hose. Habe ich aber auch. Nur mal kurz. Nein, Noah, ich finde es cool. Janie sieht ein bisschen aus, als hätte er sich in die Hosen gekackt. Aber sonst cool. Ja, nicht so was raus geht. Ich weiß. Heo Menkes ist ein Hurensohn. Happy Birthday to you. Nicht fallen lassen. Beiß rein! Sag, sag ehrlich. Sag ehrlich. Wow. Paul, was machst du? Warum bodyslamst du ihn? Sag ehrlich, war nicht so gut der Kuchen, oder? War geil, war geil, war geil. Sag doch für den, für YouTube. Wuhuuu! Party Devite! Ja, wir gehen jetzt nach Hause. Hallo. Hallo. Ach du war super. Ich seh gerade aus wie ein Dulli, ne? Du siehst aus wie ein Motherfucker. Okay, das ist gut. Ja. Witzig will ehrlich gut uns. Tschöne hier. Er geht da vorne, er macht nichts. Bastard. Sag mal was cool ist, Dino. Nee. Das klingt ja, du bist echt charakterlos. Du bist wie ein 13-jähriges Mädchen, ne? 13-jähriges Mädchen, weißt du das? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein! Mann, Alter. Die schwingt sich fucking 8 Stunden, damit sie es niemandem zeigt. Bist du blöd? Hab dich vorher schon geliebt? Oh, jetzt zieh ich dir noch mehr. Ich tue auf andere zu. Grüß deinen Ernst, Bruder. Nur für Maron habe ich eine fucking Bahn. Dicke, warum liegst du auf dem Boden? Bruder, weil es hier angenehm ist. Ah, bitte nein, nein, ja nicht. Ich mach dich echt gerne. Hab dir Sex? Ja, ja. Ihr seht zwei Pinguine auf Paarungssuche. Er macht ein Reverse, um sein Weibchen zu verlocken. Das Weibchen fällt drauf hinein. Wir haben es geschafft. Wir nehmen die Kamera. Wir werden jetzt sehen, was wir machen. Wie ihr seht, wir sind hier umgeben von lauter Affen. Und ja, es wird eine Zooveranstaltung. Was für Affen? Dankeschön. Ich bin gerade zu Hause angekommen. Ich bin so tot. Nichtsdestotrotz war das Wochenende echt wild. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Vlog. Mein erstes YouTube-Video. Ich weiß nicht, ob es spannend war oder nicht. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Liebe Grüße. Peace out. Bis zum nächsten Mal.